Nicht weit weg vom Zentrum Dresden, im Ortsteil Leubnitz, finden Sie die Beauty-Oase von Helga wunderlich. Gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich in der Beauty- und Wellness-Oase verwöhnen. Genießen Sie das Flair der Wohlfühler-Oase, die durch gekonnte Wandmalerei einen Hauch von Urlaubsstimmung aufkommen lässt. Tauchen Sie ein in das wohlig-warme Nass eines Aromabades im Whirlpool. Bei Kerzenschein, romantischen Klängen und einem Glas Sekt können Sie ganz in Ruhe Ihre Zweisamkeit genießen. Während sie im Whirlpool noch etwas ruht, lässt er sich vom fachlich geschulten Personal mit einer Massage verwöhnen. Die warme Energie der heißen Basaltsteine bringt Körper, Geist und Seele wieder in Balance. Die Massage wirkt ausgleichend und beruhigend, die Durchblutung wird angeregt, der Stoffwechsel wird beschleunigt und die Muskulatur gelockert. Mit exotisch duftenden Ölen wird die Hot Stone Massage ein sinnliches Erlebnis. Nun taucht sie mit einer Hot Chocolate Massage in ein außergewöhnliches Wellness-Feeling. Die beruhigende und zugleich stimulierende Gabe der Kakaowirkstoffe überträgt sich direkt auf die Sensoren der Haut. Einzigartig und unvergleichbar ist das Erlebnis des warmen Fliesens und des angenehmen Verteilens der Schokolade. Er lässt sich mit einer Luxusbehandlung von der Kosmetikerin verwöhnen. Seine Haut wird durch die Diamant-Mikrodermabrasion-Methode von den abgestorbenen Hautschüppchen befreit. Anschließend werden mit Hilfe des Ultraschalls Wirkstoffe in die Haut eingeschleust. Durch eine Maske wird der Haut Feuchtigkeit zugeführt. Das Ergebnis ist ein verfeinertes Hautbild. In der Wohlfühloase erleben Sie nicht nur Wellness und klassische Massagen, sondern es werden Ihnen auch kosmetische Basis- sowie Spezialkosmetikbehandlungen geboten. Mithilfe einer Hautanalyse wird die passende Behandlung auf Ihren Hauttyp abgestimmt. Durch exklusive Kosmetikprodukte erhält Ihre Haut die richtige Pflege, Schönheit und Schutz. Zum Abschluss erhält die Kunde noch ein professionelles Make-up. Die beiden haben heute etwas Gutes für sich getan. Man sieht es Ihnen sofort an. Auch Sie können einen Kurzurlaub bis zu sechs Stunden in unserer Beauty- und Wellness-Oase erleben. Bogen Sie noch heute Ihren Wellness-Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017